So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein Youngblood und wir haben uns dazu entschieden, euch doch genauso zu quälen, wie wir uns quälen. Wir kommen jetzt einfach den ganzen Part nochmal und ich hab mein Koffer vergessen. Hey! Oh, das macht nichts. Wir sind ja hier flexibel. Das packe ich immer noch, ne? Oh, was soll ich denn vorgehen? Achtung, Achtung! Gleich geht's los, kannst du schon mal wieder öffnen. Hört vor dir. Ja, nein, ich schaff das nicht allein, Jen. Mit den Druckkommandanten zu treffen. Es zieht ein schweres Gebäude. War das gleichzeitig oder was? Ja. So. Oh, ich hab den Kopfhörerwechsel genossen. Danke, Appstar. So. Aber das Laser-Ding. Dingens-Kirchens. Du hast den Barg immer noch an, ne? Witzig. Reidig. Wow, ich hab die ganzen Laser-Dinger nicht mehr, gell. Ich hab das Laser-Monitor nicht mehr. Hm, zwölf Schuss. Jetzt du fass. Wie das aussieht, das sieht so dumm aus. Schade, dass du den Barg hat, oder beziehungsweise, dass ich den Barg quadrieren kann. Also, wo müssen wir jetzt Ursprung bringen? Hier. Was ist denn das andere Ding? Du hast keine Nerven, also. Doch, für das Schlauen, aber nicht für das große Versch. Die Russen treffen ein bisschen durch. Ja. Wow. Ja, Mann. hallo alle waren wechsel die scheiß waffe alle ach das hat irgendwie keine muni mehr gehabt aber ich habe halt nicht automatisch getauscht weiss was es normalerweise in der regel macht aber hier ist ein kontrol raum Scheiße, wie hat's hier was für sich vor? Woah, fuck Mach weiter so, mach dich mal, weiter so Moment, ich mach's gleich Woah, was? Ich auch Fakne, warum? Weiß ich nicht Ist das so ungefähr für ein Typ, oder? Oh, wo war er denn? Hä? Was? Was ist das? Was ist da? Du bist hier ja? Äh So, wie ist das? Denkt dran, Mädels. Oh, das ist nice. Jetzt pack ich aber aus, dass ich nicht mit Pedro gemahne. Oder? Geht die gleiche. Doch. Echt? So wie vorhin, oder? Das war ganz gut. Renier sneakt. Hey! Oh! Und der Dickel kommt. Anfrage für die Dickel, Kommandant! Aber... Ich hab nicht bemerkt. Ich, ich, ja. Ich seh ja, dass du schießt, weil du schießt auf dem Boden. Boah! Kommt das her! Muss man hier untersuchen, alle! Ich muss hier irgendwas untersuchen, aber das ist schon früher wie vorhin, dass es da nicht angezeigt wird, weil die Mission gerade nicht aktiv ist, oder? Kann das sein? So, ich war kurz zu dritt, habt ihr denn zu können. Oh! Alter, wo sind denn die alle? Sind hier irgendwie kein Problem. Die sind laure Grafikbugs, Alter. Oh! Achtung, gekommen Hund! Ja! Was? Explodiert denn der noch, Alter? Wow, fuck! Down. Oh, ich leere auf. Fuck! Das war eine gute Idee. Weg da, weg da. Das sind nämlich zwei schick. Ich weiß nicht, wenn man den Laser macht, muss hochspringen, Alter. Alter, warum halten die Splits nicht so viele aus, Alter, die Scheißwunde? Wo ist denn der andere? Junge, Junge, hey. Hey, was schießt mit mich? Da war da nichts mehr. Oh, Hund, hab mich gekillt. Ich bin dauernd. Pass auf, pass auf. Nein, Mann. Ich lass, ich lass, ich lass, ich lass, ich lass. Ich komm mit dir verarschen. Alter, was ist denn los, ey? Alter. Willkommen da, Alter. War doch vorhin nicht alle da. Die Roboter waren doch vorhin gar nicht da. Achtung. Oh, ich hab's gesehen. Hä, was schießt ihr da auf mich? Ich bin der Roboter. Alter. Das wird nur ein Live? Das ist ja nicht verarschen, ey. Das Spiel, Alter. Die echte Kerl. Kann man live holen. Woah! wieder alle haben Lust, Alter Alter, lass die mal Alter Warum wird mir das Warum wird mir hier was eingezahlt? Hä, ist das hier da? Was soll das? Was ist das? Was soll das sein? Ich muss noch in den Aufzug rein, in irgendeinen, nicht? Naja, aber hier sind wir herkommen Wunder Warten, wo muss man das hin? Warum ist die andere Mission ausgewählt? Was soll das ausgewählt? Das betritt die Archive Und wird nicht mehr angezeigt, wo wir hin müssen, Alex Du weißt, was ich dazu sag Du weißt, was ich dazu sag Naja Nicht nur zu sagen, alle Ich habe den Knopf Ich habe den Knopf Aber ich kann den nicht drücken Ich habe vorhin auch schon geguckt Da war nichts Oh ja Mega peinlich Ich war das Erwachsene sind manchmal Ja, wie bei dir vor Dass du das da irgendwo Was machen könntest Aber du musst dir nicht Die Mission ausgewählt Hier ist der Gefängnisaufzug Aber das ist Dass ich mal vorhin herkommen Und nicht Hier haben wir schon die Munition ausgefüllt Ja, ja, ja Wo sind wir vorhin Wir haben vorhin lange muss Ich weiß es nicht mehr Hier? Ich glaube, wir haben ganz oberste Da rein, da Oh, rein Ja, und dann? War der ein Aufzug in diesem Raum? Nein Ich weiß nicht, wie man hochkommt ist Ja, es geht jetzt ein Einfach nicht mehr weiter Ja, geil Ich raff es nicht Ich raff es wirklich Hier? Ja Da kommen wir hier schon aus dem Code Ah stimmt, das war das Ich habe immer hier ohne dich rum suchen müssen Aber das liegt nicht an uns alle Das behinderte Spiel irgendwas anderes anzeigt Ey Langsam Ich nehme echt die Argumente aus Warum wir das Spiel weiterspielen sollten so echt Bei dir bin ich komplett verpackt alle Schnau Barf Jörg Aber Fress halt, ne Ah, wir mitten gucken Im Aufzug Dann geht's Alles klar, Abi Devor ist unser Gegner Was ist das? Was ist das? Ich bin live für jeden Fall hier oben. Bist du da? Irgendwo... Wo ist noch ein Gegner? Irgendwo war noch ein Gegner. Den down. Jo. Schatz auf. Das sind zwei. Zwei. Ja, hier oben. Ah, scheiße. Das sind sogar mehr als zwei, oder? Ja. 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 Da muss ich vorher irgendwie voll heilen, oder so. Und noch irgendwas. Hier ist noch Muni. Hä? Hier ist Muni. Das sind die Laser, oder was? Au. Ja, mal ein Stückchen runter. Warte mal auf, so richtig. Ja. Das sind live. Ich brauche noch Gegner. Brauchst du mich? Noch nicht, nein. Ich weiß nicht, wo du noch bist. Wunder halt wieder. Ja, wo ist denn? Ja, wo ist denn? Du bist die beste Verdammt! Ey. Spawnen doch einfach. Spawnen einfach wieder, ey. Mit in den Raum spawnen die, ey. Lachhaft. Waffe ich mal. Ich bin zum Aufzug. Waffe ich mal nochmal vorher. So derbe, Jeff! Das ist noch was, mal regenerieren. Das ist noch was. Oh, nein. 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 Also wir bluzien jetzt so ein bisschen. Wir machen zu jedem Fall diesen Scheiß-Boss. Muss man echt aufpassen, Alter. Vergesst nicht, Mädels. Die Archive sind schwer bewacht. Holt euch von den Turmkommandanten die Schlüssel für den Zugang zum Hauptcomputer, damit ich ihn hacken kann. Viel Glück. Ich kann mal bashen. Ich gehe links. Du gehst links. Du gehst rechts hoch. Okay, das ist klar. Ich gehe auch in die Mitte. Hallöchen, mein kleiner Freund. Wo schon? Dahinter kommen wir. Kannst du schon mal gehen mit L1, gell? Ja, passt schon im Busch nicht, aber. Was ist denn da nicht immer? Ja, oder? Mach so ne... Oh. Oh. Weg meine. Oh Gott, was. Geht schon hin? Auf, auf, auf. Oh, fuck. Ah, sowas gut. Ja, bleib stehen. Fuck. Du kannst du in mir fliehen. Mach ich, mach ich. Das ist verstaunen, Alter. Der ist verstaunen, Alter. Der ist verstaunen. Da ist das so verreist, Alter. Rögt liegen lassen, oder? Der Quater liegt wo ist? Oh, irgendwie beschießt. Naja. Der Vater ist voll mit Gegner hier. Oben? Ne, hier oben da auch. Ich hab den ersten Schlüssel. Ah, ich hab einen Schlüssel gefunden auf irgendwas. Schon live. Meine Fresse, ey. Zweiter Schlüssel, Jess. Okay, Ladies. Jetzt die Schlüssel in den Hauptcomputer stecken und fertig. Ah, lass uns noch. Suchen wir uns. Bitte? Vielleicht sind die eines Tages wertvoll. Okay. Wollen wir da mal hingehen, oder? Willst du noch vergessen? Suchen. Für den Comments. Was ist das? Den müssen wir gar nicht so krass überziehen. Okay, Computer ist bereit, Abby. Eine Sekunde? Okay, ja. Bin drin. Super, Mädels. Und jetzt raus da. Und dann bestimmt wieder der Gegner, oder? Am Rückweg. Jetzt hab ich Level ab. Die ist einfach immer noch verbacken bei dir, ey. Die ist einfach immer noch verbacken bei dir, ey. Ich habe einen Teil einer eigenen Geheimübertragung. Ich habe ein Teil einer eigenen Geheimübertragung. Ich habe eine Unbekannte Quelle in Berlin entschlossen. Ich bin jetzt hier runter und dann... Die Gegner sind wieder da. Achso, gleich ist sie da, aber es wird auf jeden Fall wieder Gegner. und ich glaube ich habe geklärt aber aber das entschlüsseln wird etwas dauern was ist cool wenn wir jetzt den aufzug nutzen wenn das eine lustige sequenz käme hahaha nach mit alex was ist mit den aufzug zu los die aufzüge fahren ganz normal aber die tür öffnet sich irgendwie nicht so dass ich den film mal nachgucken lassen wie da vorne ist es nicht sehen können ich schon werde jetzt die knopf drücken schon gedrückt ja wo sind wir jetzt? irgendwo draußen halt, ne? hier ist er gut, dann warte dann machen wir jetzt oh allah oh allah ah, wir können doch nicht können wir das ganze gucken? die Epoche haben wir drin ne, die Epoche haben wir da drin schade, ich hätte euch kurz zeigen können das ist aus wie ein Bug, auf jeden Fall schwirrbe ich halt dumm durch die Gegend oder meins naja, gut, aber wieder ein bisschen überzogen, aber jetzt machen wir den Boss wenigstens gelegt oder einen von diesen Brüdern gelegt ich würde sagen, wir möchten ein paar dann da hier wie immer, ne? Nazis killen und aufregen wird verschniff wir sehen uns pointt, ja wir sehen uns Payne und wir sehen uns